viele von euch haben mich immer wieder gefragt ob ich mal so ein bisschen längeren einblick in meiner arbeit mit meinen eigenen pferden geben kann und ja jetzt bin ich eurem wunsch sozusagen nachgekommen habe jetzt hier mal eine längere sequenz einfach so beim training auf der wiese gefilmt und ich hoffe das gefällt dir speziell eben die zezentische gymnastik und auch ein bisschen freiarbeit mit meinen zwei eigenen pferden dem ufino und der viola zeige ich dir in diesem video ich freue mich wenn du mir einen kommentar hinterlässt ob es dir gefallen hat und wünscht dir ganz viel spaß so 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 so